Rappes G Hoi, lasse ich. Das ist Rappes G mit dem Vierer der Woche, heute mit dem RS, aka Regional Solid. Yeah. Rapper sagen, komm, griff mal eins, es inspiriert dich, vertrau mir doch. Aber no, denn ohne Dope ist in meinem Kopf trotzdem mehr los, als während dem Aussterben von den Dinosauriern. Ich mach keine Wahl, Party dort, Party da, von der Stadt bis in den Wald, Hands-up wird er fährt. Und plötzlich sind mehr Hände in der Luft, als bei einem Swiss-C-EV-Volleyball-Turnier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.